Vielen Dank, Freunde! Die Hüften sind schon ganz angeschweibig. Ich spiele noch einen Song, bevor wir ihn aber spielen, wenn wir dir noch kurz was, lieber auch eine sehr schöne Veranstaltung sagen, die findet im Sommer statt, vom 30. Juni zum 2. Juli. Und zwar das Firebirds Festival. Das ist eine volle Geschichte, das machen wir jetzt schon seit 2012. Und zwar deswegen, weil wir ursprünglich mal wollten, dass mal so eine Veranstaltung auch in unseren gefehlten Stadt findet, die meisten sind immer weit weg. Und zwar geht es da drei Tage nur um Rock'n'Roll, es geht um alte Autos, man kann sich dort Moten schauen, angucken, es geht um 50's, man kann Workshops besuchen für fast alles, also Styling-Workshops. Du gehst rein als Mann, kommst raus als Marilyn Monroe, alles in der Tür. Bei uns. Und wir haben 100 Musiker, die dort zwei Bühnen bespielen, das ganze Wochenende, es gibt Platten-DJs. Also rundum, es geht drei Tage durch und das Ganze findet in einem wunderbaren Ambiente statt, im Schloss Trebsen, das ist gar nicht so weit. Schloss Trebsen, das ist in der Nähe von Grimma, von uns aus kein Problem, also Richtung Grimma, links weg, Trebsen, Firebirds Festival. Wenn ihr noch nie da gewesen seid, dann seid ihr dieses Jahr herzlich eingeladen, 30. Juni bis 2. Juli. Im Schloss Trebsen, wir haben wie gesagt in den letzten Jahren schon viele tolle Musiker zu Gast gehabt, auf eine Band, die auf den Tanzfluss ordentlich abräumt, das ist Ray Collins' Hot Club. Und jetzt wollen wir mal gucken, Gift-Tour müsst ihr jetzt nicht ausziehen, der Song heißt zwar Barfuß, aber die Hüften könnt ihr schwingen, so Barfu.